Willkommen zurück zu Folge 21 von VampireStorn. Wer sich jetzt fragt, wo dieses typische, was bisher geschah ist, in der letzten Folge ist leider einfach gar nicht so viel passiert, dass sich das lohnt, so ein Recap zu machen. Denn wir waren in der Höhle von Tradan und haben da ein paar Gruff-Zombies und Skelette zerstört. Das war im Wesentlichen alles, mehr gab es in dieser Folge nicht. Und ich befinde mich jetzt in der Gegend von Melsan. Warum das? Weil ich abermals wieder Silber weggebracht habe. Und für diese Episode habe ich jetzt einen Plan. Und zwar, es gibt diese, ich glaube Tessa heißt sie, die Stadt, die Jahrmarktstadt. Und da ich ein bisschen Ausrüstung verkauft habe, Silber weggebracht hat, sollte ich jetzt ausreichend reich genug sein, um mich hier zu verdingen. Um hier ein bisschen auf dem Jahrmarkt zu erkunden, ein paar Minispiele mitzumachen. Und vielleicht lässt sich da ja was gewinnen, was uns weiterhilft. in unserer Quest nach Eichstadt zu suchen. Deswegen, jetzt kommt die Jahrmarkt-Episode. Alles klar. So, dann gucken wir doch mal. Ich glaube hier, das war das richtige Hausreden. Jahrmarktverwalter. Hallo, ihr seid bestimmt hier, um eine Punktekarte zu kaufen, oder? Was ist denn eine Punktekarte? Mit dieser Karte könnt ihr in allen Attraktionen dieses Jahrmarkts Punkte sammeln und diese dann im Lager gegen nützliche Dinge umtauschen. Die Karte kostet nur 500 Fila. Na, komm. Prima, dann gib mir bitte das Geld. Hier bitte. Danke. Und hier ist die Karte. Eine Paybackkarte erhalten. Wunderbar. Mit Hilfe dieses wunderschönen Objektes kann ich dann wahrscheinlich diverse Minispiele mitmachen. Fange ich doch einfach mal mit diesem hier an. Was haben wir denn da? Verwalterin beim Armdrücken. Hallo. Wollt ihr vielleicht beim Armdrücken mitmachen? Wenn ihr gewinnt, gibt's viele Punkte. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Die habe ich doch. Na, sicher habe ich die. Hm. Könntest du es erklären? Aber sicher. Also ihr könnt gegen drei Gegner kämpfen. Da wäre zuerst Valo, der Verlierer. Alles klar. Er gewinnt fast nie. Deswegen nennt man ihn den Verlierer. Dann wäre da noch Carlos, der Schmied. Er verdient sich hier nebenbei ein paar Fila extra. Er hat schon mehr Kraft als Velo. Aber unser richtiger Muskelberg ist Rikus, der Armzerquetscher. Vertrauensvoll. Ja, gegen den möchte ich definitiv beim Armdrücken antreten. Wenn er kämpft, bricht er dem Gegner öfters den Arm. Also das nur als Warnung vorweg. Ach. Quatsch. Für den Sieg gegen Valo gibt es einen Punkt. Für den Sieg gegen Carlos fünf Punkte. Und für den Sieg gegen Gryptus gibt es sogar 15 Punkte. Aber das hat bisher noch keiner geschafft. Ein Kampf kostet 30 Fila und ihr müsst ganz einfach stärker drücken als der Gegner. Je schneller die Enter-Taste gedrückt wird, desto stärker drückt war immer. Das wär's eigentlich. Ja. Ich probier's mal. Jaja. Ich versuch mal Carlos. Also die goldene Mitte. Also er hat jetzt gesagt, Enter-Taste zu drücken. Jetzt bin ich natürlich ein schlauer Dude mit einer 10er-Tastatur und ich würde dann einfach auf beide Enter-Tasten drücken. Auf die Enter- und auf die Return-Taste. Und ich probier das jetzt. Kann sein, dass es jetzt ziemlich laut wird. Aufgrund meiner Lichtgeschwindigkeit, mit der ich hier diese Tasten drücke. Gegen wollen wir, den wollt ihr antreten. Ich probier Carlos. Komm schon. Na dann nimm auf dem linken Stuhl Platz. Oh. Drei, zwei, eins, los. Hilfe! Ich hoffe, das heißt, dass ich gewinne. Was ist denn diese rote Schlange, die sich durch die Gegend schlängelt? So langsam tut's weh. Das sind aber lange Kämpfe hier. Komm schon. So langsam fieb ein Kramp in den Fingern. Gottes Wind, das sieht so falsch aus, glaube ich, wenn man nur das Bild anguckt. Wann habe ich die Scheiße denn jetzt endlich gewonnen? Oh. Hilfe. Das war ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schluck Entspannungsbier. So. Ja, knöpfe ich mir denn jetzt auch noch den, wie heißt denn, Rikus vor? Achso, ich kann jetzt auch wieder bewegen. Ja, vielleicht erstmal so meine Fingerchen ein bisschen. Gut, ich würde sagen, wir sind ja kompetitiv und wir wollen natürlich die Leistung steigern. Wir wollen der Undisputed Champion werden beim Armdrücken. Die 30 Fehler sind mir das wert. Und dann, ohne Gnade, Rikus. Dann nimm auf dem linken Stuhl Platz. Dann geht's los. Oh, er sieht auch schon sehr quaderförmig aus. Ich drücke jetzt mal nicht so ganz schnell. Vielleicht reicht das ja. Bisher sieht's gut aus. Diesmal strenge ich mich nicht ganz so sehr an. Ist ja nur der Champion. Ich hätte am liebsten hier so eine Kamera, die euch das darstellt. Ja. Die Einhandtechnik. Oh, Gott, das tut echt weh. Oh, meine Güte. Das... Ich kann gar nicht so viel reden, weil das echt körperlich anstrengend ist, die ganze Zeit diese Taste zu drücken. Oh, scheiße. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Gibt's hier irgendwie so einen Break oder sowas? So eine Getränkepause? Ja, es sieht gut aus. Also, wir befinden uns auf der Zielgeraden gegen Ricos, den Fleischklopf-Armser-Drücker. Nichts gegen den schmächtigen Walner mit seiner Vampir-Fähigkeit und ich mit meinen... Ich werde morgen Muskelkater in den Fingern haben. Das kann ich euch prophezeien. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Komm, nur noch ein bisschen... Ich verkrampfe regelrecht. Das ist... Wie man vielleicht am Rhythmus hört. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Meine legendäre beidhändige Doppel-Enter-Technik. Ist die Scheiße denn jetzt hier mal vorbei? Who's your champion? Was? Ich habe verloren. Unfassbar. Wirklich unglaublich. Ich schreibe euch volle 15 Punkte auf die Karte. Yes! So, ähm... Ich bin der Undisputed Champion im Armdrücken. Was sagt er? Hallo, ich bin Willow. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, dann sprecht mit Sarah, der Verwaltungsgericht. Und die Wetteren hier. Alles klar? Carlos, hallo, ich bin Carlos. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, dann sprecht mit Sarah. Okay, wahrscheinlich wird er das Gleiche sagen. Ich habe ihn auf jeden Fall besiegt. Sagt sie jetzt irgendwas Spezielles? Hallo? Nein, im Moment nicht. Ich habe jetzt gewonnen. Ich bin der Champion. So, was kamen wir hier? Hier haben wir das Hütchenspiel. Das ist natürlich hochseriös. Hallo, hier ist das Attraktionszelt Such die Perle. Ihr braucht aber eine Punktekarte, um die Attraktion nutzen zu können. Hier, wir haben eine. Wollt ihr dann die Attraktion nutzen? Sie kostet 50 Fila. Eine Erklärung, bitte. Natürlich, das Spiel ist ganz einfach. Unter einer Kokosnuss liegt eine Perle. Ich werde die Kokosnüsse mixen. Und ihr müsst erraten, unter welcher die Perle liegt. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Hier auf Stufe 1 gibt es einen Punkt. Auf Stufe 2 gibt es zwei Punkte. Auf Stufe 3 gibt es vier Punkte. Ja, machen wir doch mal. Also, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es tatsächlich beim Armdrücken. Aber ich glaube, wenn ich das nochmal mache, dann reißen mir hier alle Sehnen in den Arm. Deswegen mache ich das doch mal. Ja, ich nutze das einfach noch. Worauf warten wir noch? Ich fange auch hier mal mit der mittleren Stufe an. Los geht's. In der Mitte. Okay. Also, ich denke, sie liegt rechts. Yes! Das war sehr schwer. Gut. Jetzt wollen wir natürlich auch die schwierigste Schwierigkeitsstufe machen. Ja, na sicher. Stufe 3 jetzt. Rechts. Ich habe absolut keine Ahnung. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Okay. Vielleicht muss ich einfach irgendwie die Zeit anhalten oder sonst irgendeine... Special-Geschichte machen. Ich versuche es einfach nochmal. In der Mitte. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir zu schnell. Yes! Habe ich natürlich alles gesehen mit meiner Zeitluven-Vision. Ne, es war geraten. Also gerade die, wo es so... Also, wenn sich das einmal dreht, dann sehe ich das ganz gut. Aber dieses Links- und Rechts- und Notar-Switchen bei der Geschwindigkeit, das ist einfach mörderisch. Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Horn. Hallo! Hier ist das Attraktionszelt-Schlachtfest. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Ja. Ähm... Erklärung, bitte. Natürlich. Also das Spiel ist im Grunde sehr einfach. Ich werde um euch ein kleines Gebiet anschaffen, den ihr möglichst kürzer Zeit alle bösen Männer tötet. Je schneller ihr seid, umso mehr Punkte bekommt ihr. Okay. Also so ein... Kleine... Ja, kleine Massenmord-Simulation. Das ist doch schön. Machen wir mal. Alle bösen Männer töten. Okay. Naja, komm schon. Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von dem, was diese Typen eigentlich ausdrücken sollen. Also sie sehen ja aus wie so Serienmörder. Jason-Style. Okay, ihr habt alle erledigt. Dafür habt ihr 22 Sekunden gebraucht. Dafür bekommt ihr 5 Punkte. Auch gut. Auf jeden Fall besser als bei diesem vermaledeiten Hütchenspiel. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Genau. Vielleicht schaffe ich's ja auch mal unter 20 Sekunden. Okay, das wird mir jetzt teuer zu stehen kommen. Mist. Mensch. Er rennt mir aber wirklich... Jetzt bist du ganz weit weg. Schade. 30 Sekunden. Dafür bekomme ich nur 2 Punkte. Okay. Also da ist meine Performance nicht ganz so gut gewesen. Gehen wir noch in dieses Zelt. Was haben wir hier? Hallo. Hier ist das Attraktionszelt. Rate die Zahl. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Natürlich. Die hab ich doch. 50 Fehler. Komm. Worauf atmen wir noch? Ups. Scheiße. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, wie's geht. Aber wir Rock'n'Roll improvisieren das. Euer erster Versuch. 95. Die zu ratende Zahl ist kleiner. Ich versuch mal sowas Mittelmäßiges zu machen jetzt hier. Kleiner. 20. Größer. 30. Größer. 35. Größer. Ich sag mal 37. Größer noch. 38. Ach Mensch. Okay. Jetzt versuch ich das mal mit Intelligenz zu lösen. Also ich guck mir jetzt doch nochmal an, wie die Erklärung funktioniert. Oder tu's auch nicht und drück einfach drauf. Also wenn ich immer die Mitte nehme von diversen Zahlen. Das heißt ich nehme immer. Also es geht ja bis 99. Dann nehme ich jetzt mal die 50. Und dann sollte ich ja das relativ schnell gut eingrenzen können. Größer. Größer als 50. Dann nehme ich mal die 75. Weil das die Hälfte zwischen 50 und 99 da so in der Mitte liegt. Kleiner. Dann sind's... Ich glaube 62 müsste es sein. Größer. Dann nehme ich mal 70. Oder? Kleiner. Ähm... Oh Gott. 68 muss es dann sein. Ach ne, ich hatte ja 62. 64? Mensch. Die 66. Ja, meine Güte. Ich mach das jetzt nochmal. Ich verbrate meinen ganzen Fehler jetzt für irgendwelche billigen Taschenspielertricks. Und jetzt zog ich mir die Erklärung an. Natürlich. Sehr einfach. Ihr werdet meine Zahlen denken. Ich hab sechs Versuche diese Zahl zu erraten. Dann bekommt ihr zwei Punkte. Dann... Ja, gut. Dann reden. Das machen wir. Diesmal hab ich's im Gefühl. Werde ich das sofort erraten. Größer. Hm. Mal 87. Größer noch. Dann sag ich mal 94. Noch größer. Dann nehmen wir mal 98. Kleiner. Ich nehm 97. Ach Mensch. Okay, jetzt reicht's mir. Wird jetzt nicht mein gesamtes Budget für irgendwelche Taschenspielertricks ausgeben. Unfassbar. Wie man hier über den Tisch gezogen wird. In Tessa. Was sagt er? Hallo. Das hier ist das Attraktionszelt. Freier Fall. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Na, die hab ich doch. Ja, sicher. Aber erstmal möchte ich's mir erklären lassen. Ich verwende eine Illusion, um euch aufbauen. Ihr werdet glauben, ihr befindet euch im freien Fall, was in Wirklichkeit natürlich nicht stimmt. Auf jeden Fall scheint es, als wenn ihr einen Berg hinunterfallt. Deutsch kann ich auch nicht mehr. Und während ihr fallt, kommen euch Steine entgegen. Diesen müsst ihr ausweichen. Wenn ihr einen Stein berührt, ist das Spiel vorbei und ihr bekommt keine Punkte. Wenn ihr aber eine Minute durchhalte, bekommt ihr je nach Stufe unterschiedlich viele Punkte. Oh. Aha. Jetzt sind es Äste. Ich dachte, früher waren es Steine. Was machen jetzt die Äste? Ich nehme mal, ich mach das jetzt einfach mal und nutze die Stufe 2. Ich verstehe. Hä? Hab du gedrückt? Hä? Ich hab gedrückt. Also irgendwie scheinen die Kontrollen nicht so zu funktionieren, wie es sein soll. Ich hab da rechts gedrückt. Wahrscheinlich ist da so ein terrormäßiger Delay dahinter. Ich hab doch gedrückt! Was ist das denn? Ich drücke. So, jetzt nochmal. Ich verstehe es nicht. Ich drücke nach links und es passiert nichts. Ich muss wahrscheinlich einfach länger drücken. Okay. Es scheint wirklich das Letzte zu lösen zu sein, einfach länger zu drücken. Hm. Hier stand doch irgendwas von einer Minute durch halt. Warum ist es denn jetzt eine Minute 30? Aber die Musik ist gut, aus dem Mega Man X Soundtrack. Ach nein. Diese Steuerung. Ich würde es mir selbst ja ankreiden, aber es ist leider nicht responsiv. Was haben wir denn sonst noch an Attraktion? Wer bist du? Wer bist du? Hallo! Hier ist das... Ich bin heute irgendwie trigger happy. Ich drücke irgendwie die ganze Zeit auf Tasten, auf die ich nicht drücken sollte. Ich gucke mir mal an, wie die jetzt heißt. Todesstrecke. Ja, das klingt ja einladend. Ähm. Ja. Mein Gott, ne? Hab ich ja alles da. Eine Erklärung bitte. Natürlich. Ich werde eine Illusion um euch aufbauen. Natürlich. Ihr müsst innerhalb dieser Illusion ganz einfach zum Ziel laufen. Dazu müsst ihr auch springen, was ihr mit der Enter-Taste bewerkstelligt. Zum Springen müsst ihr aber stehen bleiben. Ansonsten springt ihr nicht. Dabei müsst ihr so den Gegnern ausweichen. Wenn ihr ein Gegner berührt, ist das Spiel vorbei und bekommt keine Punkte. Okay, dann versuche ich auch jemals Stufe 2. Direkt. Okay, ich muss mit... Ich muss von A nach B kommen und ich muss dem Gegner ausweichen. Ich verstehe. Runterfallen kann man also auch. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. So ein bisschen Jump'n'Run mäßig. Ja, das schaffen wir jetzt. Okay, also ich kann über die Gegner auch drüber springen. Nee, 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 nee geht. Eine Illusion natürlich. Alle bösen Männer diesmal in die Lava stoßen, nicht aufschlitzen, jetzt nur in die Lava stoßen, ist mit meinem Gewissen natürlich sehr einfach. Genau, ich muss die bösen Männer also schubsen und kann das immer nur zwei Felder lang tun. Dann machen wir das doch mal. Leute, so ein wohlig-wärmes Bad verpassen. Achso, der ist jetzt einfach so in die Lava gerannt. Das ist auch nett von ihm. Okay, das macht es ein bisschen schwieriger. Nein. 25 Sekunden. Ein Punkt? Oh, das ist nicht viel. Ich probiere es nochmal. Gut fand ich, dass einer der Gegner sich freiwillig dem Freitod hergegeben hat. Mensch. Okay, das wird nix. Es ist unglaublich schwierig, weil die sich auch die ganze Zeit bewegen. Natürlich logisch, aber oft nicht in die Richtung, in die ich das will. 26 Sekunden. Immer noch ein Punkt. einmal versuche ich es noch. Also, die beste Preis-Leistungs-Tendenz-Verhältnis. Ich denke, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mann. Ach Mensch. Also, irgendwie. Ich will nicht. Kann ich hier irgendwie raus? Natürlich nicht. Steuerung ist mir hier so ein bisschen zu flimschig, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt schon das Mitleid, dass die Leute selbstständig sich in die Lava begeben. 34 Sekunden. Dafür bekomme ich immerhin noch einen Punkt. Gut, auch das Spiel ist nicht unbedingt nach meinem Gusto. Das sieht gefährlich aus. Was sagt der Mystery Man hier? Hallo, ich bin für die Warenausgabe zuständig. Wenn ihr eure auf dem Jahrmarkt gesammelten Punkte umtauschen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Das hier ist unsere Punktekarte. Okay, ihr habt 36 Punkte und das habe ich zum Tauschen. Okay. 125 Punkte für den Speicherstein. Oha. Okay. Ich hätte jetzt die gedacht, ich könnte das irgendwie hinkriegen, relativ schnell mich hier hoch zu skillen, mithilfe von irgendwelchen Rüstungen. Aber da gehen mir wahrscheinlich vorher die viele aus. Hol dir das Gold. Ihr braucht eine Punktekarte. Ja. Könnt man diesen Dialog nicht skippen? Also. Ich werde um euch eine Illusion eines kleinen Labyrinths zaubern. Ihr müsst innerhalb dieses Labyrinths alle Amulette aufsammeln, dann habt ihr gewonnen. Aber ihr müsst den bösen Männern ausweichen. Wenn diese euch fangen, dann ist das Spiel vorbei und ihr bekommt keine Punkte. Ihr habt gewählte Stufe. Umso größer der Level und umso mehr Punkte bekommt ihr. Okay. Dann versuchen wir auch das mal. Sind ja hier in der Jahrmarktfolge. Ach, meine Güte. So. Dann nutzen wir auch hier auch mal Stufe 2. Also ein bisschen wie Pac-Man, ne? Wie Pac-Man in sehr frustrierend. Ich bin einfach nicht gut in solchen Spielen. Ich bin eigentlich gut in gar keinen Spielen. Alles sehr wurscht. Das ist ja so ein bisschen das Konzept dieses Channels. Gemeinsam scheitern. Sich gemeinsam an meiner Unfähigkeit laben. Gut. Lassen wir das. Auch das ist nicht mein Spiel. Bleibt noch dieses Etablissement hier. Wie viel Fehler habe ich noch? Ah, 687. Komm. Was kostet die Welt? So, Jungen. Kommen wir nicht mehr zusammen. Das scheint mir ein Würfelspieler zu sein. Ja. Ähm. Eine Erklärung bitte. Natürlich. Also das Spiel ist im Grunde sehr einfach wie alle Spiele. Wenn ihr mit 2 Würfeln würfelt, dann müsst ihr raten, ob ihr eine höhere oder niedrige Augensumme würfelt. Habt ihr richtig geraten, dann bekommt ihr einen Spielpunkt dazu. Habt ihr falsch geraten, dann verliert ihr einen Spielpunkt. Wenn ihr insgesamt 5 Spielpunkte habt, dann bekommt ihr 3 Punkte auf eure Punktekarte. Wenn ihr 2 Minuspunkte habt, dann habt ihr verloren. Ihr verliert übrigens auch einen Spielpunkt, wenn ihr gleich der Augenzahl würfelt. Und was? Das ist auch Schiebung. Okay. Dann. Die maximale Anzahl an Augen auf 2 Würfeln ist ja 12. Und die Hälfte davon ist 6. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn 6 da sind, mache ich mehr. Und wenn weniger 6 da sind, mache ich weniger. Eine 6 gewürfelt. Ich würfel eine höhere, weil ich leistungsorientiert bin. Perfekt. Ja. Ich würfel natürlich eine niedrige. Ja, das sollte doch klappen. Gut. Jetzt habt ihr 5 Spielpunkte. Gut. Toll. Damit habe ich 3 Payback-Punkte erlangt. Das ist doch Weltklasse. Welche komischen Spielungen gibt es hier sonst noch? Was macht er? Schnappt den bösen Kerl. Ist das... Ist das... Ist das das, was ich schon habe? Ah ja. Möglichst oft den bösen Kerl mit der Maske erwischen. Okay. Okay. Okay, dann probieren wir das jetzt mal. Also, kleines Mädchen erwischen nicht gut. Bösen Mann erwischen sehr gut. Kann aber sein, dass die auf dem gleichen Feld stehen. Jetzt stehen sie auf dem gleichen Feld. Was? Nein. Schaff ich doch niemals. Nein. Schaff ich doch niemals. Ja. Ja. Ich wirke sehr konzentriert. Das stimmt auch. Was gar nicht so einfach ist, weil man ja auch in die richtige Richtung gucken muss. Das wäre knapp gewesen jetzt. Komm mal, einmal noch. So. 14 Punkte. Ach, das ist doch wenig. Schade. Dann noch hier. Oder war das... Doch, das war das Eindrücken. Gut. Damit bin ich durch alle Attraktionen, glaube ich, mehr oder weniger mal durch. Das war hier der Punkteverwalter. Scorecard. Dude. Habe ich das hier schon? Ich glaube schon, ne? Doch, das war der Hütchenspieler. Nun gut. Also, soviel dazu. Soviel zu der kleinen Jahrmarkt-Episode. Wir haben die ganzen Jahrmarkt-Quests jetzt, denke ich mal, erkunden. Hoffe ich, nehme ich an. Und würde dann sagen, das war's auch soweit mit der kleinen Jahrmarkt-Folge. Das war so eine kleine Teaser-Folge. Seht mir dabei zu, wie ich meine Tastatur verprügele oder frustriert irgendwelche Mini-Spiele absolviere. In der nächsten Folge werden wir uns dann wieder der Gruft zuwenden. Die ist ja hier fußläufig erreichbar. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye!